UNTERTITELUNG Biscott? Nee, okay, Schäfft, auch du! Höher! Habt ihr da auch Kühe, oder? Hm. Bienen. Bienen? Ja. Also Bienen. Ja klar, so ein ganzen Erbidestock. Schau, oder? Ja. Schön, dass du wieder da bist. Das ist mein Kontostand. Ja, wo ist der Kontostand? Das ist ein Trauerspiel, kein Kontostand. Sie müssen loslassen, Frau Sauer. Ja. Hallo. Jetzt, du halt einmal normal. Vielleicht tut man in Berlin so, aber doch nicht bei uns. Hi. Was für eine geile Sau. Ich zähl auf drei und dann drück ich an. Hör auf! Was für eine geile Sau. Ja. 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 Äh, eindeutig, Afrikaner.